Hallo zusammen, hier ist wieder Echela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Assault unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um den Erfolg, die Leere schläft und für dieses Achievement müssen wir Lord Sturmsang im Schrein des Sturms auf die Schwierigkeitsgrad mythisch bezwingen, ohne auch nur eine erwachende Leere zu berühren. Und zwar, was ist die erwachende Leere? Das sind diese kleinen Orbs, die hier gleich spawnen. Man sieht sie schon bei den Kreisen angezeigt, die müssen wir einfach komplett dodgen, dürfen sie gar nicht berühren. Auch der Spieler, der übernommen ist, hier seht ihr gerade, unsere Eule ist übernommen, springt einfach runter, sammelt diese Kugel nicht ein und wir damagen einfach hier durch. Wir haben den Heiler hier auch umspecken lassen auf DD und haben einfach nur durchgeprügelt und ihr seht, mit genug Damage ist das hier Freeloot. Also einfach nur Damage an und druff, wenn ihr nicht so viel Schaden habt, müsst ihr halt ein bisschen mehr kiten und müsst vielleicht euren übernommenen Spieler raushitten, wenn es möglich ist, den dann raushitten, wenn ihr es länger spielt, aber mit genug Damage könnt ihr auch einfach durchbursten und dann ist das Achievement wirklich richtig einfach. Ja, mehr ist es nicht. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Wenn euch das Ganze geholfen hat, würde es mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao!